Nach Finger weg, Erfolg, das Harry Jofzai jetzt. Wie geht es für Harry Jofzai, 25, weiter? Der attraktive Australier legte mit seiner Teilnahme an der Netflix-Kuppelshow Finger weg, im Jahr 2020 den Grundstein für eine steile Karriere in der Öffentlichkeit, seit dem Ende der Dating-Sendung konnte er sich bereits über 4 Millionen Follower in den sozialen Medien sichern. Aber was plant Harry denn jetzt eigentlich für seine weitere Karriere? Im Promiflash-Interview gewährt er einen Einblick in seine Pläne. Gegenüber Promiflash erklärt Harry jetzt, dass er gerne als Schauspieler durchstarten wolle. Das ist im Moment das Ziel. Ich gehe zu einem Haufen Castings und ich habe schon ein paar Sachen gefunden. Betont der 25-Jährige. Allerdings wolle der Influencer erst einmal die Zeit und die Mühe und den Respekt aufbringen, um an seinen Künsten zu feilen. Ich versuche erst einmal gut darin zu werden, fasst er zusammen. Harry möchte nämlich nicht einfach nur schauspielen, weil er jetzt durch seine Bekanntheit die Möglichkeit dazu hat. Ich will nicht einfach nur eine weitere Person aus dem Reelle DTV sein, die in die Schauspielerei einsteigt, erklärt er und fügt hinzu, ich will wirklich alles geben. Ein konkretes Projekt steht im Moment aber offenbar noch nicht an.